servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal world of warcraft bzw blizzard hat uns ein neues video gegönnt und alle inhalte von patch 10.1 vorgestellt wir wollen uns diese sachen an dieser stelle einfach mal anschauen in kürze durchgehen was kommt in patch 10.1 auf euch zu auf uns zu und gleichzeitig wollen wir auch noch gucken weil hier ist nicht das ist nicht komplett aktuell bzw es ist nicht alles drin dementsprechend schauen wir uns das einfach jetzt mal an und ergänzen das ganze wir sehen hier auf der linken seite schon mal die komplette übersicht das meiste ist ja auch relativ schnell erzielt zarelec cavern also die zarelec höhle als neue zone neue fraktion die lifen von niffen von loam so rum nicht die lifen von norm da gibt es dann wieder auch ruf belohnung das ganze wird halt genau so ablaufen wie das jetzt auch kennt hier kommt dann halt eine fünfte fraktion dazu und ihr könnt den ganzen bums farmen dann noch als kleiner tipp es ist direkt in der ersten woche dann halt wieder dunkelmond jahrmarkt und wenn ihr möglichst schnell euren ruf da pushen wollt könnt ihr euch auf dunkelmond jahrmarkt einen zehn prozent ruf buff abholen und damit ein bisschen schneller ruf haben aber das nur so am rande dazu gibt es natürlich noch season 2 beginn das ist nicht ab dem dritten sondern ab dem zehnten mit neuem raid neuen bosse im aberus neue mythisch plus dungeon rotation auch die haben wir schon gesehen bzw schon mal gezeigt aber da haben wir dann die dungeons die bisher nicht drin kamen brackenfell höhle hallen der infusion neltarus uldaman das vermächtnis von tür dazu bekommen wir aus battle for azeroth freihafen sowie der tiefenpfuhl wir bekommen aus war es legend neltarions hort und wir bekommen aus cataclysm den vortex gipfel da bin ich mal sehr gespannt finde ich cool dass sie auch so alte instanzen mit reinbringen in die ganze geschichte das ist schon ganz gut geeignet vortex gipfel ist jetzt nicht meine lieblings instanz wenn ich ehrlich bin aber naja vielleicht kommt ja irgendwann mal noch was was ich mir was ich sehr sehr cool finden würde schwarzfels höhlen waren sehr sehr nicer dungeon grimbartol war teilweise auch ganz cool und der steinerne kern also die könnte ich mir beispielsweise da auch ganz gut vorstellen dann affix refresh das haben wir auch schon lang und breit diskutiert nur in kürze wie gesagt wir wollen jetzt hier in diesem video nicht alles bereit treten es gibt keinen saisonalen affix mehr die affixe kommen jetzt nicht mehr bei den stufen 4 7 und 10 sondern bei 7 und 14 also ein affix habt ihr immer tyrannisch oder verstärkt und dann gibt es bei stufe 7 und bei stufe 14 noch zusätzliche affixe das ganze gibt es auch ein paar neue affixe drei stück die kommen dann alle bei stufe 14 mit ins spiel da kann ich euch aber empfehlen weil ihr nicht sucht einfach mal nach gisex diesen zwei affix oder sowas dann solltet ihr das finden da kann man da ein bisschen besser drauf eingehen crossfaction gilden wird es geben also ihr könnt zukünftig mit auch allianzlern und hortlern einer gilde beitreten aber auch allerdings mit ziemlich vielen einschränkungen public events und activities ist mit dabei da schauen wir tatsächlich hier mal rein weil die sachen ganz nett gemacht sind also was heißt ganz nett es ist mal wieder assaults in der freien welt das finde ich wirklich nicht mehr so super spannend aber es gibt einmal diese firewreck angriffe wo der drache firewreck den wir schon ein paar mal gesehen haben über gebiete hinweg fliegt das feuer breath wir mobs töten müssen und so weiter und so fort dann gibt es die schnüffel suche mehr oder weniger es ist mit den niffen eine neue ja wie soll ich es nennen ein neues feature sagen wir es mal so und es wird schnecki rennen geben die ja auch in der neuen zone abhalten könnt das ist ganz nett neue worldbosse gibt es auch das ist so ein duo ja das übliche halt ne dann profession updates also änderungen an den berufen es kommen tatsächlich gar nicht so viele neue sachen dazu was zumindest was rezepte angeht halt ein bisschen ihr werdet das gear weiter upgraden können was vorher ging ein paar ui improvements und so weiter und so fort nichts super spektakuläres neues dragon riding mount das ist dieser slither drake den ihr eben auch am anfang des bildschirms schon gesehen habt es wird zwei neue talente geben das ist jetzt hier der slither drake das neue gute stück lässt sich dann natürlich auch wieder kustomisieren und bekommt eine komplette verwandlung beziehungsweise ja ein komplettes transmog für gladiatoren und dann das meiste was man eigentlich immer hat sind diese sachen class changes und so weiter und so fort also klassen anpassung neue t-sets das ist jetzt hier in der liste auch nicht mit drin also wir nehmen abschied von unseren aktuellen t-sets die wir hier haben da wird es dann neue geben mit neuen boni für alle klassen für alle specks mit natürlich dann auch besseren stats das upgraden hier bei dem belebungskatalysator wird sich ein bisschen ändern ihr müsst keine wöchentliche quest mehr abschließen sondern ihr bekommt die sachen einfach so woche für woche gutgeschrieben das ist ganz nett aufladung aus der jetzigen season verfallen quasi aber items aus season 1 könnt ihr jetzt quasi dann kostenlos umwandeln also das ist ganz nett für alle transmog fans dazu hat blizzard auch angekündigt an diesen wöchentlichen quests die wir hier haben ein bisschen was zu ändern also sie haben da wohl die reihenfolge geändert und auch was gestrichen und wenn ich mich tatsächlich recht entsinne wird diese mythisch quest also vier mythisch dungeons und ihr kriegt ein cooles item das wird soweit ich weiß gestrichen aber da habe ich von blizzard keinen genauen beitrag gelesen sondern nur von der fanseite deswegen würde ich das an dieser stelle einfach nochmal ein bisschen in klammern setzen wollen natürlich gibt es auch wieder jede menge neue mounts es gibt eigentlich zu jedem einzelnen punkt eigene videos ich habe auf meinem kanal eine 10.1 playlist auch erstellt die könnt ihr auch ganz einfach finden wenn ihr nur auf meine kanalübersicht geht und da sind so alle sachen mit aufgelistet die wichtigsten sage ich jetzt mal zu diesem patch da könnt ihr euch zu den einzelnen themen die sachen auch nochmal reinziehen wenn ihr da bock drauf habt also wie gesagt neue mounts neue pads und so weiter das ist ja mittlerweile eigentlich schon fast standard es gibt noch so ein paar kleinigkeiten was customization optionen betrifft also es gibt für einige rassen neue haarfarben dabei sind unter anderem die nachtgeborenen also da kommt dann sowas so ein rötlicher ton blond und was weiß ich augenfarben gibt es neue mit dabei bei den dunkel eisen zwergen wo haben wir sie hier gibt es ebenfalls neue haarfarben zu ergattern da muss ich tatsächlich mal kurz gucken okay das haben die überall also dass die unten so glühen aber da gibt es dann weiß ich nicht so lila so ein blau grau also es gibt nochmal vier farben oben drauf bei der ganzen geschichte und was ebenfalls in dem artikel von blizzard nicht erwähnt wurde sind änderungen an den racials zweier völker zum einen die worgen da könnt ihr jetzt auswählen dass ihr automatisch in eurer humanoide form geht wenn ein kampf endet also das ist ein bisschen angelehnt an die draktür fähigkeit und bei den orcs wurde diese ability der passive effekt dass ihr 20% weniger laufzeit von betäubungseffekten hat der wurde um 50% reduziert und naja was ich noch vergessen habe zu diesem dragonriding gedüns mit den neuen talenten es wird dann auch wieder neue glyphen zu holen geben in der zaraleck höhle und ja ich glaube jetzt haben wir alles mit drin den blizzard artikel das blizzard video halbwegs ergänzt wenn ich mich nicht täusche link dazu nochmal in der video beschreibung da könnt ihr euch das ganze nochmal reinziehen ist eine ganz nette geschichte würde ich sagen und damit bis zum nächsten video schreibt gerne in die kommentare welche inhalte auf welche inhalte freut ihr euch am meisten ich bin sehr gespannt und bis dahin habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten video schreibt gerne in die kommentare welche inhalte freut ihr euch das ganze